Wir bauen mal alles komplette Tech-Speed. Wir bauen nur Sachen mit Angriffsgeschwindigkeit. Äh, warte mal. Angriffsgeschwindigkeit. Hier. Haben die Nabej? Was haben die denn? Chimera. Komm dann. Aber ich fang hier mit an. Das können wir nachher wieder rausschmeißen, das Item. Ambrus ist stark, ja, weil die viele Tech-Speed hat. Ja, ich baue komplette Tech-Speed. Warte mal ab. Wir machen, wir machen, äh, Gatling Gun, äh, Sparrow. Und wenn wir dann die Ulti zünden, dann geht der, prrrr, kommt noch so ein Strahl raus, Alter, wie von Schub-de-Woop, Junge. Aua, wer ist denn das? Ach du Scheiße. Ich treffe gar nichts. Wo ist meine Muriel? Ah, die ist da. Ähm, heilen eigentlich die kleinen Heiltränke genauso viel wie die großen? Nur halt einmal? Oder heilen die weniger? Ach, der Scheiße. Ja, jetzt, ja, jetzt brauchst du auch kein Schild mehr machen. Muriel, Alter. Lässt erst das Ding auf meinem Kopf explodieren und gib mir dann ein Schild. Warum haben die eigentlich ne Gadgets sofort? Lol, den hab ich nicht getroffen. Danke. Geht doch, Muriel. Kräftig schon, Muriel. Kannst du nicht versuchen, auszuweichen. Schild, Muriel. Danke. Oh, ich hab ihn seine Leben nicht mehr gesehen. Schade, aber jetzt das Ding hier holen. Komm, ein bisschen schneller hier. So, ich bin dann wieder am Start. Ich bin wieder am Start. Jetzt können wir mal weitermachen, Muriel. Ach du Kacke. Oh, jetzt schießen wir noch daneben. Mein gut ist Mana. Ah, jetzt hab ich mich verleiten lassen. Der Rechtsklick hat nicht gesessen. Ah. Jetzt konnte ich es nicht mehr abbrechen. Der kommt schon wieder, Minions. Und der Murdoch müsste doch mal langsam weggehen. Sag mal, wie viele von den Dingern kann die eigentlich machen? Bis die Mana leer geht. Kriegt die hier Mana wieder, wenn die trifft? Ich hab den... Ich hab den... Ist das whack hier? Okay, jetzt muss ich... Jetzt muss ich wirklich mal zurück. Der Murdoch gibt seinen Mana leer. Oh, shit. Yo, 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 yo. Go, 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 go. Jo, der Dolch hat gesessen. Sehr gut. Schöner Gank. I like it. So, ich muss einmal weggehen. Pushier nochmal straight durch. Aber eigentlich ist das grad geiler Farm hier. Den nehm ich mir auch noch mit, den Boy. So, jetzt hau ich ab. Okay. Oh, 300 Gold. Egal. Ich kauf alles. Ich kauf alle Einzelteile. Ähm. Und das Messer baue ich auch noch. Wir bauen komplett Attack Speed, Alter. Wir werden so Attack Speed bauen. Das wird richtig krank. Würde Attack Speed nicht übertreiben, weil du hast deine Ability plus Muri gibt ja auch Attack Speed. Die kleinen mehr. Wobei der Größte natürlich zweimal einsetzbar ist. Ich übertreibe richtig mit Attack Speed. Ich werde sowas von mit Attack Speed übertreiben. Die Leute werden sich fragen, wisst ihr noch damals, die Sparrow, die so viele Attack Speed hatte? Das war ich. Warum hat denn der so viele Minions? Was macht denn der damit? Ich bin Lara Croft, Junge. Ja Mist, aber wir haben auch kein Wort, du Lulatsch. Gettel ist auf dem Weg. Wird gleich hier hochballern. Ah, hat sie ein Geschenk von mir bekommen. So, Ulti ready? Boah! Moril, danke. Danke. Ja, Gadget Support eigentlich krass, aber ist halt, wir haben halt ne Muriel. Boah, ich bin zu schlecht. Ach du Scheiße, was ist das denn? Da muss man die Schießerminions wegbekommen. Ach du Scheiße. Lul, er hat mich auch sehr Ulti rausgeboxt. Jetzt hab ich mein Ulti gewastet. Aber Gadget auch. Und Gadget muss back. Hier lang. Ich hab auch, ich hab kein Mana mehr. Ich hab zu viel daneben geballert. Ich hab's back. Ich brauche ein Schild. Das war knapp. Oh, guck dir das an. Oh, sehr gut. Zum Glück hat er seine Ulti raus. So, was gibt denn hier am meisten Attack Speed? Das gibt 30%. Das gibt auch nochmal 30%. Alter, baue ich. Ich baue alles. Ich baue so viele Attack Speed. Ne, warte mal. Rückgängig. Wie kauft das? Ne, warte. Rückgängig. Alter, nochmal 30% Attack Speed. Ach, das... Ich werd so schnell... Es gibt... Pew, 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 pew. Werd ich am Ende schießen. Ich will ans Cap kommen. Ich will quasi hinten anstoßen. In a fire burning bright. So. Maestro. Mehr Duck. Warum so ein Schild? Oh. Wisst ihr, dass ich Gadget hasse? Okay. Der pusht zu uns. There we are. Ja, wir können jetzt mal ein Gank gebrauchen. Er macht schon ordentlich mehr Schaden, der Murdoch jetzt. Hm. Wir werden sehen. Was macht er denn da? Loll, er war einfach... Er war unterm Sternenhimmel, Alter. Ich geh weg. Ach, du Scheiße. Wo kam die blöde Sau denn jetzt her? Kriegst du den Murdoch noch? 200 Meter weit weggeflogen. Oh, ich dachte gerade, da hat jemand den Prime gemacht. Oh, jetzt ist geht ihm noch gestorben. Ja, RIP. Wenn ich jetzt hier hinklicke, geht der dann durchs... Lol, der läuft dann sogar durchs Ding. Total dumm. Hä. Guck, wie er läuft. Oh, fängt auch wieder tot. Die machen ja nicht das Vieh, oder? Nee. Also, man macht schon wenig Schaden. Haben die jetzt den Prime gemacht? Wer hat den Prime denn jetzt gemacht? Hä? Na. Gegner sind wir natürlich wieder alle on point. Die Gadget war fast tot. Will Haku, was geht ab? Die war fast tot und dann konnte ich meinen Rechtsklick nicht mehr raushauen. Nein, Kalari. Ah, kriegt ihre Deutsche nicht. Leute, geht doch nicht rein. Es sind immer noch vier Leute da. Ach, du Kacke. Nein. Ihr Pisser. Was macht denn der da? Warum läuft denn der da rein? Raptor, komm. Team, Team, Team. Ja, vergiss es, Alter. Es rotiert keiner mit. Oh. Why? Warum ist Murdoch? Warum rotiert denn keiner mit? Ich muss einmal weg. Macht keinen Scheiß jetzt da. Ich hole mir jetzt die Armbrust gegen den Murdoch. So. Also das hier gibt auf jeden Fall noch Attack Speed. Dann baue ich das Teil noch. Ich werde so schnell schießen können, Alter. Schön, okay. Okay, bin tot. Habe aber den Kill noch mitgenommen. Das gibt 25% Attack Speed. 20? Erfolgskraft verringert die alle Fähigkeitsabklingzeiten. Brauchen wir nicht. Warte mal, das macht Crit? Das macht auch Crit. Haben die Heal? Chimera. Okay. Dann, äh... Ich warte gerade noch 25 Dollar ab. Die haben Chimera. Das baue ich auf jeden Fall dann in Anti-Heal. So, habe ich da schon was drin? Jo, bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Alter, du Lappen. Ich habe keinen Lifestyle. Oh, fuck. Oh, Gadget ist zu krank einfach. Oh, die Gegner haben den Raptor bekommen, sehe ich gerade. Geh denen, du hast keinen Mana. Hau doch ab. Was willst du denn machen? Wie mit Autotech skillen oder was? Geh doch durchs Portal. Portal! Geh denen! Okay. Oh, da höre ich schon den Propeller da hinten dran. Oh. Wo fliegt die hin? Ja. Ich schätze beim Tower. Ich treffe sie nicht. Jetzt ist sie durchs Portal gelaufen. Oh. Ja, Gadget ist da gerade durchgelaufen. Der Gideon muss nicht... Gideon, du hast doch Muriel dabei, Alter. Ah, ne. Die ist doch nicht durchs Portal. Was macht denn der Gideon? Hä? Kannst du nichts zu sagen. Kann man nichts zu sagen. Kann man nichts zu sagen. Loll, die haben den jetzt noch gemacht. Das ist noch nicht schnell genug, also... So mega schnell schieße ich jetzt nicht. Ach, du Scheiße. Da brauche ich nicht hingehen. Ich weiß nicht, was sie da schon wieder machen. Was macht denn der keinen Mera da? Boah. Leute, ich dachte gerade, das wäre Murdoch, der da sitzen würde. Ich gucke sowas von tot. Alle hoffen mich drauf. Warte mal, wie viel Crit haben wir jetzt? Ich habe, glaube ich, erst 20, ne? Ne, 20. Links. Okay, dann lass uns erst mal... Wir bauen erst mal das Schwert. Für mehr Crit Damage. Gibt zwar keine Tag Speed, aber egal. Also das Schwert muss ich halt so oder so bauen. Jawohl. Geh den, geh doch back! Komm, der Fang holt jetzt den Triple Kill. Ah, guck, da ist der nächste. Komm, turn doch auf die Gadget, Alter. Ah, komm, hol dir einen Quadra. Alter, herrlich! Will mehr Tag Speed haben. Kriege ich den Turm? Ja, so wie ich gerade geschossen habe. Mit der E. Das muss noch ein bisschen schneller gehen. So. Bisschen Money fürs Team. Alter, warum kam die blöde Sau da wieder? Komm, Fang, hol dir wieder einen Quadra Kill und so. Alles cool. Ich habe es gerne für dich vorbereitet. Ach, du Kacke. Ach, du Scheiße. Die Bombo-Combo. Das war heftig. Hm, der kam da nicht raus. Kann sein, dass sie jetzt den Prime machen. Äh. Ja, oh, die gehen zum Prime. Der GD macht da den Tower in Ruhe. Prime. Hä? Hä? Warum? Wo läuft Kalari hin? Ja, jetzt bringt er... Du warst doch gerade da. Jetzt bringt er hier entlang. Lol. Scheiße. Alter. Ja, ich bin tot. Kann ich nicht machen. Oh, schade. Der Pfeil. Ich glaube nicht, dass sie gesmeidet haben. Der Pfeil hat es leider nicht gepackt. Aber war ein Versuch wert. Das war ein Versuch wert. Also, ich kann ja mein ekelhaftes Zeug hier weiter essen. Geht halt auch keiner dahin, ne? Das sind die schlimmsten Teams. Die Teams, die den Gegnern einfach die Objectives schenken. Und sagen, ja, lass die machen. Wir können da jetzt eh nichts machen. Das ist am Ende 50-50. Ob die den kriegen oder du den kriegst. Wenn dann einer vom Team stirbt, scheißegal. Wenn dafür das komplette Team... Ach, das ist scheiße. Wenn dafür das komplette Team den Prime bekommt... Das muss er hin. Ich muss weg. Ich geh mir schnell Leben holen. Leute, ich brauche eine Frontline. Die sind alle so low. Alter, guckt euch die Leben von denen an. Oh, der Murdoch da hinten dran noch. Ich kann nicht. Der Murdoch quieselt mich eh mit einem Schuss weg. Jetzt sterben alle. Das gibt es doch gar nicht. Oh, lol. Reported all. All, sagt er. Von mir ist es reported doch, als wenn es irgendwas pricken würde. Das war dir... Irgendwenn reported all da. Was die Leute immer denken. Ich bin jetzt hier auch tot. Ich krieg die Bellica noch. Ja, war alles worth, Alter. Geil. Ich wusste, dass sie da ist. Komm, klopft sie um. Ja, schön. Oh, den haben wir auch noch gefangen. Oh, jetzt ist er zurückgedrückt. Okay. Das war wack. Der geht dem... Jo. Der geht dem, macht keinen Schaden. Doch, 1700. Digga, deine Chance hinzukriegen ist bei 1%. Erlaber keinen Scheiß. Das ist einfach 50-50. Oh, Farm. Oh, der Prime ist doch noch gar nicht da. Pusche erstmal die Lanes aus. Wall in die Mitte. Das ist einfach gar nicht da. Kommt hier jemand hin? Ich pusht mal hier nochmal. Und hier dann zum Prime. Ich brauch 1700. Geht von denen. Also, wenn die jetzt zum Prime gehen... Kann ich den In-Hip snacken. Es sei denn, wenn die mich jetzt killen, dann machen die den Prime. Das wäre halt kacke. Ja, guck, der Murdoch ist da. Ich brauch aber noch... Ich brauch Geld. Ich kann meinen Blink nicht verkaufen. Wenn man Water Prime despawned jetzt... Ich brauch noch 300 Gold für... Für dieses Kack-Item. Boah, will ich eigentlich ungern fighten. Haben die den Prime schon? Ach, du Scheiße. Ich kann mir das Item holen. Ach, ich kann jetzt hier eigentlich nicht weg. Ich geh ganz schnell. Ich hoffe, mein Team fightet jetzt nicht. So, jetzt kann ich da hin. Ach, du Scheiße. Warte mal. Scheiß drauf. Ich lauf. Ich komm, Team. Ich komm. Ich hab einen guten Pick gemacht. Da, ich geh auf den Murdoch. Schöne Gideon Ult. Ey, die kloppen mich so schnell um. What the fuck? Das ist jetzt zwei tot. Geht ihm, ist so useless einfach. Außer seine Ult. Wo ist denn Kalari? Hä? Ja, die machen jetzt den Prime. Oh, es hat zu gut angefangen. Der Camera kloppt mich so schnell um. Der ist auf Damage gebaut, glaube ich. Ein bisschen, ja. Okay, der macht gar keinen Schaden. Ah, wow. Okay. Attack Speed wollten wir bauen. Warte mal, Attack Speed? Äh, nee, das kritische Treffer. Hier, Angriffsgeschwindigkeit. Könnten wir noch Lifesteal bauen? Lassen wir noch das Lifesteal-Item bauen. Jo, bin auf dem Weg. Sind die dran? Ja, sind sie. Ja, guck! Ein Prozent, sagt er. Alter. Nein! Mach doch mal den Murdoch, Alter! Komm, geht hin! Oh, der ist weggeblinkt. Ja, jetzt ist er tot. Oh, der kann nichts mehr holen. Ah, sehr gut. Oh, Will. Auf geht ihr. Schön! Hm. Der Kamerat und Prime hat alles gemacht. Scheiße. Komm, Kalari, hol den Enep. Dauert zu lang, Gadget ist wieder da. Hättest du ja bei noch gestorben, Alter. Warum? Ich geh den Bill in Wettbewerb haben. Cool. Cool. Also wirklich schnell bin ich trotzdem immer noch nicht. Obwohl fast jedes meiner Items Attack-Speed hat. Ich muss noch mehr Attack-Speed-Items bauen. Das muss noch schneller gehen. Oh, schöne Old. Auch schöne Old. Auch schöne Old. Nein! Hab ich. Ich geh back. Der Dings, äh, pusht nämlich. Wurde mit Lifestyle. Lol. Der Kamerat ist aus dem Game raus. Ne, hä? Da ist er doch noch. Achso, es ist der andere. Komm, Kamerat, du gegen mich. Ich treffe mich. Ach, der lebt noch. Lol. GG. Also. Das war eigentlich nicht schnell genug. Komplette Attack-Speed. Report Camera, thanks. 16,8. 10,3. Der geht ihm. Der macht da echt zu wenig Schaden, ey. Der geht ihm. Muss einfach mehr Damage machen. Das wär geiler. Seine Attacken auf jeden Fall. Aber 10,3 ist schon gut. 3,14 Nikolari. Ach, du Scheiße. Ich hatte auch nicht so gut, ne? 11,11, ja. Geht besser. Jetzt war es nicht so gut. Ich bin wiedergehalten. Ich bin ein gehnter.